Musik Gut, gehen wir mal Rückendeckung. Musik Und da geht's auch schon gleich weiter. Ja. Verdammt. Waffe überhitzt. Geht aber auch irgendwie gar nicht Schrott. Ha. Naja gut. Scheinen eh schon alle platt zu sein. Außer natürlich die Kollegen da oben. Bäm. Schön die Autos anzücken. Wow. Äh. Ah. Äh. Alter. Oh. Oh fuck. Huh. Das war knapp. Alles okay. Alles okay. Jetzt geht's dir gut. Ja man. Komm schon. Verschwinden die. Das war echt verrückt. Huh. Na das war ja hier gerade mal ein Auftritt. Na. Ja. Uns geht's gut. Könnt ihr schießen. Ja. Kann ich. Okay. So ist der Plan. Deck umsuchen. Feuer erwidern. Alles klar. Und warum habe ich schon wieder den ollen Raketenwerfer? Los geht's. Habe ich denn noch einen Schuss? So. Wah. Habe ich ihn erwischt? Sieht gut aus. Alles klar. Weiter vorrücken. So. Dich nehmen wir doch auch. Uah. Mit. Na komm. Da bist du ja. Mein Freund. Alles klar Sandman. Ich glaube wir sind sicher. Oh. 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 Was hatten wir denn da? So. Nehmen wir einfach mal. Weil der Raketenwerfer bringt uns ja jetzt sehr wenig. Alter. Oh. Was haben wir denn hier? Na das gefällt mir doch noch mal in der Ecke mehr. So. Alles klar. Da haben wir wieder die geile Sniper von vorhin. Ah. Gut. Wir folgen natürlich weiter ins Sandman. Ist ja klar. Okay. Sandman. Ich glaube wir können weiter. Wow. Ah. Ach. Ihr seid eh mein. Ah. Ja. Okay. Okay. Da kommen wir nicht lang. Ja. Los. Komm. Wir gehen mal hier rein. Wow. Das war sogar glaube ich recht richtig. Dann flankieren wir die einfach mal hier aus dem Gebäude heraus. So. Können wir dann hier mit der Sniper weiterarbeiten? So. Was? Kollege. Na? Alles klar. Hier im Haus sind wir erstmal einigermaßen geschützter. Ah. 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 Verdammt. Ah. Verdammt. Du Arsch. Verdammt. Entschuldigung, Sandman. Aber du standst etwas in der... Nein. Fuck. Diese Kackgranate ey. Ich wollte noch weglaufen. Ah. Verdammt. Na wenigstens starten wir hier. Das ist ja... Nein, nein. Nein. Nein, nein, nein. Nicht nochmal hier. So, Kollege. Alles klar. Wer will, wer will, wer hat noch nicht. Hier, Kollegen. Kriegt ihr mal eine Granate in die Fresse? So, Sandman kriegt da schon alles hin. Alles klar. Der Raum ist sicher. Wow. Alter. Man muss sich das mal kurz mal angucken. Es ist schon richtig geil, was hier alles abgeht. So. Da kommen die Feine. Wir flankieren die natürlich alle schön. So. Der hat noch überlebt. Ah. So, komm. Da können wir doch bestimmt wieder mit der Sniper ein bisschen... So. Naja, gut. Wenigstens haben wir den ollen Haini da auf dem Bo noch klein gekriegt. So. Wow. Ah, nee, nee. Nicht schon wieder Granate. So. Ja, verdammt, verdammt, verdammt. Muss natürlich genau im falschen Moment nachladen. Alles klar. Gut. Da, Sandman. Alles klar. Gut. Was willst du denn da hinten? Auf den billigen Plätzen, Alter. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Wir fackeln nicht lang und stürmen nach vorne. Gut. Kontrollpunkt erreicht. Nichts. Ah. Da hinten. Einmal nachladen und weiter geht's. Alles sicher. Fahrtäuge überprüfen. Alles sicher. Okay. Hier haben wir noch 300 Schuss. Hier noch eine gute Sniper. Ich glaub, wir sind gut ausgerüstet. Wir sind alle tot. Die armen Schweine. Ich komm ja schon. Und schrei nicht so. Ei, ei, ei. Okay. Vielleicht sind das noch ein paar überlebende Kollegen von uns. Alter. Willst du mich rollen oder was? Ende. Gelände. So. Sieht, glaub ich, ganz gut aus. Alles klar. Gut. Die arme Sau ist tot. Aber wenigstens einen konnten wir retten. Alles klar. Ach, das war schon der Vizepräsidenten. Alles klar. Dann ist ja Mission erledigt. Das ist ja Mission erledigt. Das ist auch schon unsere Abholgelegenheit. Und die Mission ist beendet. Und wir spielen weiter mit Juri. Soap und Price sind natürlich wahrscheinlich auch dabei. Wir haben einen Anrufer mit Infos zu den Chemieangriffen. Er will nur mit Ihnen sprechen. Identifizieren Sie sich. Mac, hier ist John. Wir mussten diese Woche viele Namen an den Kirchtum schreiben. Mesvama Karov. Der Bastard ist mir in Sierra Leone durch die Lappen gegangen. Was weiß der MI6? Du stehst auf allen Abschusslisten schon. Ich kriege dich da auf keinen Fall runter. Das will ich nicht hören. Du schuldest mir noch was wegen Pripyat. Denk daran. Ruhig, Blut. Okay. Wir haben den Frachter zu einer Einheit in Boussazo, Somalia verfolgt. Gehört einem schmierigen Kerl namens Varabe. Ich habe hier schon alle Hände voll zu tun. Du bist auf dich allein gestellt. Viel Glück. Wie sind die geschützt? Alles zweite Garde. Lokale schützen, bewachen die Anlage. Wir fallen auf wie bunte Hunde. Still und leise läuft er nicht. Dann treten wir eben die Vordertür ein. Nikolai soll seine Leute bereit machen. Die Vordertür eintreten. Ein sehr guter Plan. Gehört. Da können wir Varabe schlafen, bevor er abbraut. Der Sandsturm kommt schnell weg. Zurück zum Absender. 8. Oktober. 9.30 Uhr. Alles klar. Und da hinten sehen wir schon einen riesigen Sandsturm. Ei, ei, ei. Gut. Also nicht, diesmal nicht auf leise und stealthmäßig. Diesmal stören wir die Bude von gleich. Pam. So. Auf jeden. So. Den haben wir jetzt auch noch erwischt. Mal gucken, wen haben wir denn hier noch? Hier, dich nehmen wir noch mit. Dich nehmen wir auch noch mit. Und den Kollegen da oben nehmen wir auch noch natürlich mit. Wir brauchen Luftunterstützung. Luftunterstützung hört sich natürlich hervorragend an. Oh. Sehr geil. Dafür liege ich mich mal hin. Nicht, dass wir noch abgeballert werden. Oh. Geil. Erstmal die Horstköppe hier auf dem Dach. Juhu. Sehr geil. Jawoll. Aber ein paar sind natürlich hier noch. Der hier zum Beispiel. Und du auch noch, Kollege. Oh, guck mal. Ah, ne. Ist nur eine Satellitenschüssel. Dachte, dass jetzt noch einer. Ja. Ja. Alles klar. Mal gucken, was haben wir hier eigentlich noch? Ja, ist ja klasse. Haben wir nicht noch irgendwas Besseres? Eine AK. Gut. Anscheinend sind da hinten noch ein paar. Wow. Alter. Ruhig bleiben, Kollege. Ah, guck mal. Wir können es nochmal benutzen. Jo, Leute. Ich gebe euch nochmal ein bisschen Unterstützung hier. Ne. Ist ja klar. Immer weiter feuern. Das kann ich immer am besten. So. Hier die noch auf der Straße. Und die auf dem Dach. So. Alles klärchen. Für den nächsten Durchgang. Los jetzt. Gehen wir zum Zielgebäude. Jo, Price. Ich komm ja schon. Ich komm ja schon. Komm, wir gehen mal hier auf dem Dach. Nein. Nein. Sorry, Mann. Ja. Ja, gut. Ja, gut. Kollegen abschießen ist jetzt nicht so gut. Sehen die Kollegen jetzt nicht so gerne. Alles klar. Haben wir denn hier oben noch welche? Boah. Ganz ruhig bleiben, Kollege. Ganz ruhig bleiben. Jawohl. Alles klar. Wow. Alles klar. Komm. Die nehmen wir doch hier auch noch mit. Ist doch kein Ding. Boah. Wow. Kann ich nicht nochmal einmal mit den dicken... Ja, für noch einen Angriff. Das hört sich sehr gut an. Aber ich mach jetzt erstmal das Geschütz hier oben. So, dann können wir das Ding doch nochmal benutzen. So, dann werden wir mal die Straße säubern. Jawohl. Hier nochmal ein bisschen hier. Die Typen auf dem Dach. Und dann natürlich noch ein bisschen das Haus bearbeiten, ne? Jawohl. Komm, können wir die Abkürzung nehmen? Ne, komm, dann nehmen wir die Treppe. Alles klar, Price. Ich komm schon zu dir. So. Alles klar. Das untere Stockwerk scheint sicher zu sein. Wir haben ja gute Luftunterstützung geleistet. So. Alles klar. Hier oben scheint die Action abzugehen. Na, wo seid ihr, ihr kleinen Bastarde? Ah. Alles klar. Dann wollen wir den Arabe doch mal einen kleinen Besuch abstatten, ne? Bah. Kurze Orientierungsschwäche. Alles klar. Wir brauchen ihn lebend. Und hier ist die andere AK, aber wir bleiben natürlich bei der hier. Und dann wollen wir Arabe schnappen. Ähm. Wie, jetzt wurde ich abgeballert? Im Zeitlupenmodus zu sterben. Das ist auch eine Kunst, die man erstmal schaffen muss. Först. Bis zum nächsten Mal.